Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 14. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute geht es darum, wie man in Minecraft den Drachenkopf bekommen kann und damit wünsche ich euch viel Spaß. Es ist tatsächlich möglich in Minecraft ohne Cheats und ohne irgendwelche Modifikationen den Drachenkopf im ganz normalen Spiel zu bekommen. Dafür müsst ihr nur zunächst eine große Endsiedlung finden. Dazu habe ich im letzten Video schon ein bisschen was gesagt, wie man eine Endsiedlung findet und auch wie man ins Ende kommt an sich und den Drachen besiegt. Das habe ich alles schon im Videos erklärt. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Aber wir nehmen jetzt mal an, ihr seid schon in einer Endsiedlung, die groß ist und dort wollt ihr jetzt den Drachenkopf finden. Dann müsst ihr nämlich als allererstes einmal eins der fliegenden Schiffe finden. Die fliegenden Schiffe sind meistens sehr dicht an den Endsiedlungen dran und auch eigentlich schwierig zu übersehen. Und dort gibt es eben den Drachenkopf zu holen. Und zwar ist das so eine Art Galleonsfigur, wie man das vielleicht von Piratenschiffen kennt, die ja immer vorne am Bug dran sind. Und genauso ist es halt mit dem Drachenkopf in diesem Fall. Und wir haben jetzt vorne am Schiff dran eben den Drachenkopf, den wir hier abbauen können. Das bedeutet, ihr müsst jetzt als allererstes mal auf das Schiff drauf kommen. Am besten baut ihr euch da irgendwie hoch und ihr könnt natürlich auch rüberfliegen, wenn ihr schon eine Elytra habt oder irgendwie mit einer Enderperle teleportieren. Aber Hauptsache ihr kommt aufs Schiff und dann baut ihr euch am besten unter dem Drachenkopf so eine kleine Plattform, damit ihr den abbauen könnt. Weil das ist mir auch zum Beispiel schon mal passiert, da habe ich ihn abbauen wollen. Und dann ist er allerdings runtergefallen und da unter war keine Insel, sondern einfach das Nichts. Und dann war der Drachenkopf leider weg. Darauf solltet ihr achten, dass das nicht passiert. Und dann könnt ihr einfach den Drachenkopf mit irgendwas abbauen. Ihr könnt ihn theoretisch sogar mit der Hunter bauen. Ihr braucht dafür keine Spitzhacke aus Diamanten mit Behutsamkeit oder so, sondern ihr könnt halt alles dafür benutzen. Und der wird auch immer droppen. Und dann könnt ihr ihn einsammeln und mit nach Hause nehmen. Das Coole ist jetzt, dass es theoretisch unendlich von den Drachenköpfen gibt. Also es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel bei dem Drachenei, dass man maximal eins davon haben kann. Sondern ihr könnt natürlich eine andere Endsiedlung finden mit einem Schiff und dort wird dann auch wieder der Drachenkopf sein. Und ihr könnt euch dementsprechend halt theoretisch unendlich davon holen und die dann eben benutzen. Ihr könnt die zum Beispiel sogar aufsetzen statt eurem Helm. Das hat jetzt allerdings keinen coolen Effekt oder sowas, sondern sieht nur witzig aus. Aber ihr könnt ihn natürlich sehr gut zu Dekorationszwecken benutzen. Zum Beispiel irgendwie über den Kamin hängen oder sowas. Oder falls ihr eine Trophäenkammer habt oder irgendwie sowas, könnt ihr den natürlich auch sehr cool dahin stellen. Und da gibt es sogar noch einen kleinen lustigen Hinweis von mir an der Stelle. Und zwar kann man den Drachenkopf dazu bringen, dass er sich bewegt. Das kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Zeichentrick-Cartoons oder sowas. Oder bei den Simpsons zum Beispiel gab es das auch mal. Weil es gibt in Amerika anscheinend so Fische, die man bewegen lassen kann. Also die hängt man sich an die Wand, das sieht aus wie so eine Trophäe. Und wenn man dann auf einen Knopf drückt, dann bewegen die sich und singen irgendwas. Und ich glaube, so eine Anspielung soll das ja auch mit dem Drachenkopf sein. Würde ja zumindest Sinn machen. Und so kann man ganz einfach, wenn man den Drachenkopf powert, das bedeutet, wenn man dahinter irgendwie einen Schalter platziert oder sowas, und den dann halt mit Redstone-Energie antreibt quasi, dann bewegt er seinen Mund. Da kommt jetzt kein Sound raus oder so, da singt kein Lied. Was eigentlich eine coole Idee wäre. Das müsste man mal in so einen Resource-Pack einbauen. Aber auf jeden Fall funktioniert es dann, dann geht das so auf und zu. Sieht, finde ich, ein bisschen affig aus. Ich mache das eigentlich nicht so gern. Aber halt, falls euch das interessiert, falls ihr damit eine coole Idee habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ich wollte es hier nochmal erwähnen, weil es halt, wie gesagt, noch zum Drachenkopf dazugehört. Wenn ihr bis hier geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag Drachenkopf in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.